Tele-Stammtisch Beteiligt und ganz viele tolle Comics auch gezeichnet, kurze Strips in vielen Fällen, haben die auf den Social Media Plattformen verteilt und dafür auch eine ganze Menge Aufmerksamkeit bekommen. Auch wir hatten Bock daran teilzunehmen, haben das genau genommen auch getan, aber aufgrund von technischen Problemen hat leider der große Talk-Comic gegen rechts zusammen mit Hanna Brinkmann und eben auch meinem heutigen Gast, dem Nils Oskar, nicht funktioniert und aus genau dem Grund haben wir uns gedacht, das müssen wir unbedingt nochmal nachholen, jetzt eben hier als Podcast für euch auf die Ohren. Hi Nils. Hallo, hi Andi. Mit diversen Themen, die aber alle im weitesten Sinne dieses Spektrum abdecken. Ja, ich denke, da gibt es eine ganze Menge Dinge zu dir zu sagen, aber vielleicht magst du dich selbst nochmal mit eigenen Worten kurz vorstellen. Ja, also ich selber bin Nils Oskar, ich habe meine Graphic-Novelle Drei Steine 2016 bei Panini Verlag rausgebracht. Das ist eigentlich meine autobiografische Geschichte aus meiner Jugendzeit in Dortmund-Dorstfeld. Wenn man Dortmund-Dorstfeld heute noch googelt, kommt sofort Nazi-Kiez. Es hat sich Anfang der 80er Jahre in Dortmund-Dorstfeld eine Neonazi-Szene quasi etabliert und sozusagen festgesetzt, die zu massiver Gewalt geführt hat. Ich habe mich gegen einen neuen Klassenkameraden aufgelegt, der nach dem Geschichtsunterricht den Holocaust geleugnet hat. Das hat eine Spirale der Gewalt ausgelöst und es endete in zwei Mordanschlägen. Und das habe ich dann nach meinem Studium an der Animation School in Hamburg, habe ich das dann nachher irgendwie auch als Stoff genommen, um daraus eine Biografie zu machen. Und das war irgendwie 2008 habe ich damit angefangen, dieses Projekt zu bearbeiten. Bin dann auch nach Angoulême gefahren, um dort im Atelier du Marquis irgendwie als Gastkünstler dort irgendwie damit anzufangen. Und damals war diese Szene Neonazi, das war noch nicht so in der Mitte der Gesellschaft wie heutzutage. Da gab es einen definitiven Rechtsruck. Für mich war es eher angefangen als eine Abenteuergeschichte und politisch wurde es immer aktueller von Jahr zu Jahr. Und jetzt auch durch die Corona-Krise, die natürlich eine Brennlupen-Funktion hat, Probleme, die in der Gesellschaft schon von Anfang an da waren, wurden jetzt größer. Und das sieht man jetzt auch anhand von den Querdenkern, dass die schamlos mit Neonazis marschieren. Also das Thema, was ich da bearbeite, ist immer aktuell und wird aktueller. Und auch dieser Sturm auf den Senat, auf den Kongress in den USA, das waren Rechtsradikale, die das gemacht haben. Also wirklich ein ganz tagesaktuelles Thema, wo du auch persönlich involviert bist, auch sehr wirklich drinsteckst, das kann man nicht anders sagen. Vielleicht aber nochmal kurz zu Drei Steine, der jetzt ja ein Comic ist, der auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ich hatte die große Freude, eine Lesung von dir zu hören, beziehungsweise du hast eine kleine Vorstellung davon gemacht, vor ein paar Jahren auf der Buchmesse in Frankfurt. Da habe ich dich quasi erstmal als kennengelernt und durfte mir das anhören, war sehr angetan. Und der Comic ist schon fertig, aber du zeichnest trotzdem immer mal noch irgendwie irgendwelche Szenen. Es gibt irgendwelche neuen Editionen und Anpassungen, irgendwelche neuen Dinge für neue Länder. Erzähl mal, ist der jetzt eigentlich schon richtig fertig fertig oder gibt es immer wieder neue Versionen davon? Nein, es wird eine überarbeitete internationale Fassung geben. Ich habe damals Förderung bekommen von der Amadeo Antonio Stiftung und hatte damit einen extrem kurzen Zeitplan. Das war von einem auslaufenden Programm, wo die Gelder hergekommen sind. Und ich musste sehr schnell liefern und habe da einige Szenen, die waren noch Storyboard, habe ich, musste ich dann so veröffentlichen, war einfach nicht so viel Zeit drin. Dann gab es auch eine Art Selbstzensur, die ich betrieben habe. Es gab zum Beispiel eine Szene mit dem Skinhead Erwin, der mich in einen Tunnel im Hinterhalt gestellt hat mit einem Basebotschläger. Und damals bin ich aus dieser Zwickmühle rausgekommen, dass ich ein Klappmesser gezückt habe. Und ich habe das Messer nicht eingesetzt, ich habe nur damit gedroht. Und diese Szene habe ich damals aus pädagogischen Gründen quasi auch rausgenommen, weil ich gemerkt habe, irgendwie, das wird ein Buch, was an der Schule gezeigt wird. Die Amadeo Antonio Stiftung hat damals ein kostenloses Schulbuch gemacht. Und das wollte ich dann nicht zeigen. Messer ist nicht cool, auch wenn man es nicht einsetzt. Ist generell nicht cool. Das muss man dann dramaturgisch auch klar machen, dass das ein Fehler ist, sowas zu machen, sich zu bewaffnen und die Gewaltspirale damit anzuheizen. Und mich dieser Diskussion nicht stellen zu müssen, habe ich dann diese Selbstzensur betrieben und diese Szene zum Beispiel rausgenommen. Aber auch diese Szene andere, die ich rausgenommen habe, war die Gerichtsszene zum Beispiel, wie ich dann von dem Richter und dem Staatsanwalt fertig gemacht wurde, wo das eigentlich die Verhandlung war gegen die Täter, die die Mordanschläge gemacht haben. Und dann gibt es dann jetzt diese internationale Fassung. Es werden 100 Seiten mehr. Es gibt schon drei Verlage in Frankreich, die Interesse haben. Aber ich würde gerne dort auch die Karten neu mischen und gucken, was nach der entsprechenden Erweiterung auf Französisch dann geht. Und hat man Frankreich, dann hat man die anderen Länder auch. Also Frankreich ist die Champions League des Comiczeichnens sozusagen. Gerade des Autorencomics. Das Mutterland des Autorencomics. Es gibt auch Verlage aus Italien, Spanien, Niederlanden, die auch Interesse haben. Da möchte ich das gerne so, das Buch so machen, wie ich es eigentlich von Anfang an vorhatte. Ja super, dabei viel Erfolg. Ich denke, das ist auch ein Thema und vor allem auch ein Comic, den man durchaus auch in der internationalen Öffentlichkeit präsentieren kann und soll. Weil er letztlich auch einen Teil modernerer deutscher Geschichte darstellt, auf die wir heute sicherlich auch vereinzelt gehen werden. Wir haben hier auch eine Auswahl verschiedener Comics, über die wir sprechen wollen, die ja eben ältere deutsche Geschichte, ältere internationale Geschichte, aber eben auch ganz aktuelle Dinge behandeln. Aber vielleicht kurz noch zu dem pädagogischen Ansatz, den du gerade hattest. Du bist ja auch an Schulen unterwegs und hältst dort Vorträge. Man kann dich also quasi buchen für Schulen. Und ich glaube, gerade läuft es viel über Videocalls, wo Vorortveranstaltungen eher schwierig sind. Erzähl mal, was genau ist das? Was ist also dein Eindruck von den Schülern auch, die mit dir zu tun haben und mit dir sprechen? Wie läuft das da so ab? Also auf der Webseite dreisteine.com kann man das Begleitpädagogische Begleitprogramm auch sich anschauen. Ich habe einmal eine Workshop-Reihe initiiert, heißt Kreativ gegen Rechts, wo es dann Comic-Workshop, Video-Workshop, Plakat-Workshop und sowas dann gibt oder Social Media zu verschiedenen Themen. Auch Lehrerfortbildung zu den Themen Verschwörungserzählung und Radikalisierung im Netz zum Beispiel. Ja, das biete ich halt für Schulen an, weil ich das Thema auch brisant finde. Und die Einflussnahme der Rechten findet schon bei den 12-Jährigen, 13-Jährigen statt, teilweise schon im Grundschulalter. Und da muss man früh genug reagieren, um sozusagen jemand, der sich politisch noch nicht richtig positioniert hat im Leben, denn das ist der Jugendliche, dort die Aufklärung zu betreiben. Und da habe ich jetzt über fast 200 Lesungen gehalten, 25.000 Schüler und Schülerinnen erreicht. Natürlich in den letzten Monaten konnten wir dann auch auf Online-Formate ausweichen. Nächste Woche habe ich meinen ersten Comic-Workshop als Online-Format. Das wird auch sehr interessant. Der geht Montag los um 10 Uhr. Und in Schwalbach am Taunus an der Schule, der Friedrich-Ebert-Schule, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und ich finde es super spannend, mich mit den Schülern auszutauschen. Ich halte die Schüler heutzutage politisch viel aufgeklärter, als das in meiner Generation der Fall war. Die sind viel kritischer, die können sich mehr informieren über andere Medien. Und es gibt natürlich auch Leute, die schon rechts beeinflusst sind durch Background der Eltern oder sowas, die AfD wählen. Aber es gibt natürlich auch Schüler, die sind politisch sehr engagiert oder auch im Friday for Future engagiert. Das heißt also, wir haben die junge Generation auch nicht an die Nazis verloren, richtig? Nee, überhaupt nicht. Die sind richtig fit drauf, mediaaffin. Die sind okay, die sind nicht bei Facebook. Ein Freund von mir hat immer gesagt, ja, was sollen meine Kinder denn auf Facebook? Da muss man ja lesen und schreiben. Kleiner Scherz. Die sind auf Instagram, TikTok, aber auch auf Instagram. Versuchen, die Rechten Einflussnahme zu machen. Neueste Entwicklung, die JN, die Jungen Nationalen, die Jugendorganisation der NPD, hat Schülerrat.org eine Internetseite ins Leben gerufen, wo es darum geht, Schülerräte zu akquirieren, die keinen Migrationshintergrund zu haben. Also immer mit solchen U-Boot-Aktionen wird dort Einflussnahme betrieben. Und die muss man natürlich früh aufdecken, enttarnen und den Kids sagen, hey, das ist rechte Propaganda, fallt auf diesen Quatsch nicht rein. Gut, dass wir dich haben, der du da einfach ein bisschen Aufklärungsarbeit leistest. Vielen Dank dafür. Dann, denke ich, ist genau der Moment gekommen, wo wir uns mal mit unserem eigentlichen Kernthema heute befassen wollen, nämlich den Comics gegen rechts. Und da hast du gefühlt alles schon mal gelesen und in der Hand gehabt. Es gibt Dinge, die sollte man schon mal in der Hand gehabt und gelesen haben. Und es gibt vielleicht noch so ein paar Empfehlungen und Geheimtipps. Wir haben hier eine bunte Auswahl an diversen Dingen am Start und haben uns überlegt, wir fangen vielleicht mal mit dem Klassiker schlechthin an. Ein Buch, das wir jetzt nicht in seiner kompletten Gänze besprechen können. Aber man muss auf jeden Fall mal über Maus gesprochen haben von Art Spiegelmann. Ist ja, wenn man so will, auch ein Zweiteil. Aber vielleicht fängst du mal an. Ich glaube, du kannst ja die bessere Einführung machen. Wer oder was ist Maus? Ja, Maus ist die Biografie von dem Vater und der Mutter von Art Spiegelmann. Art Spiegelmann Eltern, das waren polnische Juden. Und Art Spiegelmann hat da natürlich auch, ist sozusagen der Klassiker, ist das erste Comicbuch, Graphic Novelle, die einen Pulitzerpreis gekriegt hat. Sozusagen auch nur die zweite. Bis jetzt wurden zweimal dieser Literaturpreis einer Graphic Novelle verliehen. Und Art Spiegelmann erzählt hier die Geschichte anhand der Tonbandinterviews, die er mit seinem Vater geführt hat. Und diese Tonbandinterviews sind sehr interessant. Die wurden auch in dem Buch Meta Maus auf CD-ROM veröffentlicht. Das ist sozusagen das Art of und Making of. Das konnte ich zum Glück mal live erleben in der Galerie Ludwig in Köln 2012. War dort eine große Ausstellung der Meta Maus. Die Entstehung dieser Graphic Novelle Maus. Und Maus heißt dieser Comic, weil er hatte Juden dann als Mäuse dargestellt, die Deutschen als Katzen und die Polen als Schweine. Da gab es zum Beispiel großen Aufruhr in Polen darüber. Es gibt da noch eine Kurzgeschichte von Art Spiegelmann, wie er in Erlangen zum Beispiel nachher den Max- und Moritz-Preis gekriegt hat. Und dann stand er als Maus auf der Bühne und lauter Katzen saßen im Publikum. Ja, das muss für den eine ganz besondere, also auch im Negativen besondere Erfahrung gewesen sein. Hat der das je verarbeitet? Fühlt ihr sich dauerhaft bedroht oder verfolgt? Weißt du das? Sein Vater? Sein Vater ist dran zerbrochen. Und seine Mutter hat Suizid begangen, als er noch Kind oder Jugendlicher war. Die waren auch teilweise in getrennten Konzentrationslagern. Seine Mutter war in Ravensbrück. Ich war vor zwei Jahren in Ravensbrück. Es ist sehr erschreckend, dieses Lager. Das war das Frauen-KZ. Und dort war auch Maus in der Vitrine in der Ausstellung. Es hat sein Vater, der auch in den Interviews immer so einen jiddischen Dialekt spricht. Für den war es natürlich schwierig. Der Charakter war schwierig von dem Vater. Aber Art Spiegelman hat das wunderbar aufgearbeitet und er hat eine ganz große Nummer dahin gelegt, indem er auch keinen Verleger haben wollte zu der Zeit. Ende 80er Jahre hat er mit Maus angefangen. Kein Verleger wollte es haben. Dann hat er mit seiner Frau Françoise das RAW-Magazin herausgebracht. Und es war dann sozusagen, so ein RAW war ein Independent Comic Magazine. Und Maus war dann sozusagen als Einleger im RAW-Magazin. Und hat dann dort monatlich immer ein paar Seiten veröffentlicht von der Maus. Und dadurch hat er dann die Aufmerksamkeit gekriegt der intellektuellen Szene. Also Françoise, die Frau von Art Spiegelman, war nachher die Artdirektorin vom New Yorker-Magazin. Hat auch über den New Yorker-Titel immer entschieden. Und das ist ja sozusagen für jeden Zeichner, der die Champions League, die Crème de la Crème, einmal im New Yorker irgendwie zu sein, dann hast du es geschafft. Wie Peter de Save zum Beispiel. Ja, und Spiegelman hat sich da wirklich durchgebissen. Und dann dadurch, dass er dann, dann ist nachher, ich glaube ich, Random House auf ihn aufmerksam geworden. Dann wurde es dann als Buch verlegt. Und dadurch, dass er RAW-Magazin-Verleger war, hatte er dann die Autorenrechte als Erstverleger. Und nicht Random House. Und damit wurde er dann innerhalb von drei Jahren mehrfacher Millionär. Und vorher hat er am Hungertuch genagt. Der Naumann zum Beispiel, der war damals beim Rowold-Verlag der Chefredakteur. Später unter der Schröder-Regierung war er der Sondebeauftragte für Kultur und Medien. Kulturstaatsminister, das was die Frau Grütters jetzt macht. Und der Naumann hat damals durchgesetzt mit einer Sonderentscheidung des Bundestages, dass dieses Cover gezeigt werden kann mit einem angedeuteten Hakenkreuz. Das war die Voraussetzung für Art Spiegelman, dass dieses Cover international in Israel und Deutschland, waren die einzigen Länder, wo er Schwierigkeiten hatte, dieses Cover durchzusetzen. Aber er hat gesagt, wenn dieses Cover nicht genommen wird, wird dieses Buch in diesem Land nicht veröffentlicht. Das hat er richtig durchgezogen. Und dann drei Monate nach der deutschen Veröffentlichung, ne Quatsch, drei Monate nachdem Maus den Pulitzer gekriegt hat, war dann der Staatsanwalt von Thüringen, Generalstaatsanwalt, der dann eine große Kampagne gefahren hat gegen U-Comics. Und der dann in ganz Süddeutschland, also Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen, hat der Polizeieinheiten in die Comic-Shops geschickt, um dann die Bücher zu indizieren von U-Comics. Achim Schnurrer, dem hat es damals finanziell das Genick gekostet, die einzig deutsche Möglichkeit für deutsche Zeichner farbig zu veröffentlichen. U-Comics war damit quasi auch wirtschaftlich erledigt. Und der hat damals von der Polizei auch Maus indizieren lassen, einsammeln lassen von der Polizei. Die sind sogar in Comic-Shops in Nürnberg und München mit einer Hundestaffel rein und haben an den Comic da eingesammelt. Richtig asoziales Ding. Und dann haben sich ja dann irgendwie Bela B. von den Ärzten und so, der auch extrem erfolgreich Enterprises, EE-Comic-Verlag, die haben damals auch einen Musik-Sampler gemacht, der rausgegeben wurde, um Achim Schnurrer zu unterstützen. Also Comics gegen Zensur. Dieser Generalstaatsanwalt, der hat nachher irgendwie Ubisoft verklagt. Also nachdem er mit dem deutschen Comic fertig war, hat er sich dann die Gaming-Szene vorgenommen und hat es dann den deutschen Gaming-Producern schwer gemacht. Hat dafür gesorgt, dass zum Beispiel von Ubisoft Lara Croft nicht mehr in Deutschland entwickelt wurde, dass die ganze Entwicklung von Lara Croft dann auch nach Kanada gegangen ist. Ja, hat man die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Also Maus ist natürlich jetzt scheinbar hier auch eine Graphic-Novel, ein Comic. Das ist einfach das größte Werk von allen, die wir heute vorstellen. Das kann man so sagen. Es hat den größten Impact gehabt, die meiste Aufmerksamkeit bekommen und das auch zu Recht. Ist auch ein Comic, der mir vor allem deswegen hängen geblieben ist, weil er sehr eindrücklich die Schrecken des Holocaust zeigt. Wie die Leute geflohen sind, wie sie sich versteckt haben, wie es auch Stück für Stück dazu kam, dass ihnen halt eben die Werbeuntersagung und dann letztlich eben bis halt zum KZ der kompletten, mit allem was dazugehört, mit den Hochöfen, das wird auf krasseste Art und Weise hier mit den Mitteln eines Comics dargestellt. Und das ist wirklich sehr eindrücklich, sodass man diesen Comic Grunde nach durchaus auch als Primärliteratur verstehen kann, also als Geschichtsprimärliteratur, Primärquelle viel eher. Aber es eben auch durchaus ist, was krass ist. Also das bleibt da ja auch hängen und das beschäftigt dich auch. Wenn du hier nicht halbwegs sattelfest bist, dann wirf dich das erstmal aus der Bahn und du musst da auf jeden Fall drüber sprechen und das verarbeiten. Das ist ein sehr bedrückender Comic, auch über weite Teile, der auch klar macht, wie gesagt, also wie das einfach auch den Menschen, in dem Fall eben seinen Vater von Spiegelmann, wie der das den kaputt gemacht hat, verändert hat, unter was für Bedingungen, die einfach leben mussten, insbesondere auch dann zum Beispiel, wie die Ehe daran letztlich, ich weiß nicht, ob die zerbrochen ist, aber wie ich schon auf jeden Fall leiden musste. Und das bleibt halt hängen. Das ist super krass. Ich glaube, man kann gar nicht zählen, wie viele Menschen, beziehungsweise, also ja doch, Menschen, hier eben in dieser Graphic-Novel sterben. Das sind unzählige. Es wird vieles angedeutet in schrecklichsten Szenen und Situationen. Also es ist wirklich, es ist echt krass und auf jeden Fall ein Comic, den man gelesen haben sollte, wenn man nicht sogar müsste. Und das sollte auf jeden Fall, also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das hier irgendwie auch in Schulklassen funktioniert. Ja, obwohl ich da auch eine Warnung aussprechen soll. Also ich musste, obwohl ich viel miterlebt habe in meinem Leben, als ich Maus gelesen habe, ich musste heulen. Das war einer der wenigen Comics, die mich dazu bewegt haben, wie im Kino zu flennen und da war Maus, gehört da mit dazu. Und es geht sehr tief. Ich würde Maus auch eine Empfehlung an Schulen geben, ab neunte Klasse, nicht davor. Das ist zu krass. Aber es gibt auch andere Comics, die man in den anderen Lesealtern auch empfehlen kann. Mir ist Maus sehr nahe gegangen. Der Zeichenstil ist sehr rudimentär. Ist jetzt nicht gerade etwas Ausgefeiltes. Spiegelman ist ein großer Geschichtenerzähler, aber nicht so ein ganz wahnsinnig großer Zeichner. Aber das Storytelling hat er richtig drauf. Und es hat mich wirklich eher ins Herz geschlossen und war für mich eine große Inspirationsquelle Maus. Und auch diese Meta-Maus-Ausstellung. Das hat mir nochmal selber für meinen Comic, den ich zu der Zeit gemacht habe, hat mir nochmal richtig Wind in den Segeln geblasen. Ist ja auch ein Comic, den man wahrscheinlich in vielen Bibliotheken finden wird. Ich denke, das ist einer von denen, die in vielen Fällen zur Standardausstattung der Comics in Bibliotheken gehört. Und wenn ihr da die Möglichkeit habt, da mal einen Blick reinzuwerfen, empfehle ich ja immer gern, nachdem wir zuletzt auch ein großes Gespräch zum Thema Comics in Bibliotheken hatten. Schaut da mal. Das wird ein Comic sein, den ihr da höchstwahrscheinlich auch finden werdet. Wir werden Maus hier nicht abschließend besprechen und vorstellen können. Auf gar keinen Fall. Dafür ist es viel zu komplex, zu umfangreich. Und dafür haben auch viele Leute schon viele Dinge zu gesagt. Hast du noch was Finales zu Maus sagen wollen oder gehen wir weiter? Ja, Maus ist autobiografisch. Der Autor war sehr nah dran an der Geschichte seines Vaters. Dem zu vergleichen ist dann noch ein anderer Comic von einem jüdischen, von einem belgischen Juden, jüdischen Familie. Und das ist Michel Kischka. Die zweite Generation ist auch eine Auschwitz-Geschichte, die ich in der grafischen Darstellung nicht so ganz heftig finde wie Maus zum Beispiel. Und Kischka halte ich schon für einsetzbar ab siebte Klasse. Es ist weltweit verlegt worden, hier in Deutschland bei der EHPA Graphic-Egmond-Ehapa-Graphic-Novelle-Edition, die leider vor zwei Jahren eingestellt wurde. Und momentan ist die zweite Generation von Michel Kischka hier out of print. Ich war selber in der Ausstellung vertreten, Holocaust und Comic im Memorial de la Shoah in Paris. Und dort war die große Eröffnung auch mit Michel Kischka, der auch Dioramen dort gebaut hatte. Und auch das Plakat hatte zum Beispiel Bilal gezeichnet, also ein Who is Who der Deutschen, der internationalen Comic-Szene war in dieser Ausstellung. Alles, was sich mit dem Holocaust beschäftigt hat. Dator habe ich Michel Kischka, der jetzt Dozent ist an einer Kunstschule in Tel Aviv, auch kennengelernt. Er hat großes Interesse, auch mal drei Steine zu lesen. Kann ich nur empfehlen. Und EHPA, druck das endlich mal nach. Das ist sehr wichtig, auch für die Schulen und die Pädagogen. Ja, ich schaue gerade hier, was man denn kriegt. Der war ja damals neuwertig, hatte der 20 Euro für 112 Seiten. Bei Amazon ist der gerade für 55 Euro gelistet. Also das ist definitiv überteuert und steht in keinem Verhältnis. Also wenn ihr da eine Gelegenheit habt, günstig heranzukommen, dann nutzt sie. Es dürfte nicht mehr so einfach sein. Also die englische Ausgabe gibt es im Softcover für recht wenig Geld. Nur in Deutschland ist der Out of Print. Das ist leider nur noch antiquarisch zu kriegen. Okay. Dann wollen wir ebenfalls heute vorstellen, den Comic Dreimal Spucken. Der ist relativ aktuell und der ist uns zur Verfügung gestellt worden vom Avant Verlag. Im Zusammenhang mit dem Talk Comics gegen Rechts, den wir machen wollten. Also stellen wir ihn heute hier vor. Dreimal Spucken ist von David Reviati. Genau, so sieht es aus. Hat 562 Seiten und kommt als Softcover daher. Wir haben den digital bekommen. Und das ist halt ein Comic, der sich letztlich mit ganz vielen Dingen beschäftigt. Im Wesentlichen geht es ums Leben in der italienischen Provinz in den 60er Jahren und wie Jugendliche dort. Das sind in dem Fall Grisou, Kartango und eben seine Freunde. Wie die mit den vor Ort lebenden Sinti und Roma umgehen und was für Geschichten die dort erleben. Die Sinti und Roma, diese Familie, die ist plötzlich da aufgetaucht. Wir erfahren in dem Comic sehr viel über diese Menschengruppe, nenne ich es mal. Wie sie zugezogen ist, was für Verfolgung die erlebt haben. Und wir erleben vor allem auch, wie vor Ort in Italien dann diese Jungen auf diese Familie reagieren. Wie die ganze Nachbarschaft reagiert. Und dann einfach auch diverse Vorurteile bedient oder überhaupt erstmal abgeklappert werden. und da gibt es am Ende auch einen tollen Twist und so. Und letztlich ist es ein bisschen augenöffnend. Sowohl, also vor allem augenöffnend aus Sicht des Lesenden oder der Lesenden, weil wir irgendwie so ein bisschen immer aus Perspektive der Jugendlichen dabei sind. Die irgendwie auch erstmal nur so Dinge gehört haben, wie die drauf sind. Wen die, keine Ahnung, dass die Kinder entführen und Kinder verzaubern und Kinder verhexen. Warum kacken die uns in den Hausflur, diese Leute da drüben, diese, diese, diese... Ich weiß nicht, ob das Wort, ob das Z-Wort hier genannt wird. Aber, ähm, das sind so ganz viele Dinge, wo man sich denkt, so hä, was soll das? Welchen Hintergrund hat das? Und genau diese Dinge fragen sich eben auch die Jugendlichen, denen wir hier auf 562 Seiten folgen. Und Stück für Stück kommt da so ein bisschen Licht rein. Es gibt vielleicht sogar so was wie Anfreundungen irgendwie. Und auch eine gewisse Faszination, die damit einhergeht. Das Ganze ist dargestellt auch in schwarz-weiß. Auch eher schlicht, möchte ich es nennen. Ich kann das jetzt nicht anders bezeichnen. Es sind, keine Ahnung, ganz selten zum Beispiel Gesichter ausgearbeitet. Das ist alles eher rudimentär an der Darstellung und auch zum Teil recht abstrakt. Das Abstrakte hilft aber dabei, das Ganze irgendwie auch mit einer Atmosphäre zu verdichten oder dem Ganzen eine Atmosphäre zu geben, die irgendwie fasziniert. Und es sind auch ganz viele kleinere Episoden, Kapitel, glaube ich, hier nennen die das in dem Fall, die ja einfach kleine, für sich stehende Geschichten erzählen und das Ganze auch immer wieder angereichert mit Informations-, also Informationen, ja, insbesondere eben, keine Ahnung, wie war der Umgang mit Sinti und Roma zur NS-Zeit in Deutschland? Wie ist es dann in Italien abgelaufen? Was sind das überhaupt für Leute? Warum heißen die Sinti und Roma? Wo kommen die her? Ich könnte es jetzt aufgrund der Massan-Infos gar nicht mehr alles im Detail wiedergeben. Aber es ist sehr viel drin, sehr interessant und das Ganze häufig auch dargestellt anhand von Figuren aus dem Comic und dann beispielhaft auch in Dialogen, die diese Figuren miteinander haben. Also ich war wirklich sehr angetan, fand ihn sehr gut und habe den aus dem Grund auch vor kurzem bei den Comic-Cookies empfohlen im Rahmen von so einer Social-Media-Aktion, die wir über den Jahreswechsel gemacht haben. Und ja, das ist auf jeden Fall was, wo man sagen kann, okay, das ist wieder mal, nachdem wir jetzt hier in Maus die Juden hatten, sind es hier jetzt, ähm, Sinti und Roma sind ja, nee, die sind, das sind glaube ich vor allem Katholiken gewesen, eine weitere verfolgte Randgruppe und die hatten zum Beispiel das Problem, dass im Gegensatz zu den Juden nach dem Zweiten Weltkrieg keine großartige Anerkennung für ihren Schaden bekommen haben. Auch das ist Teil hier dieser Graphic-Novel. Das heißt also, sie haben auch im Rahmen der Nürnberger Prozesse zum Beispiel nie irgendwelche einfach Anerkennungen bekommen und Entschädigungen in der Form, unter denen, die gegebenenfalls, ich stecke nicht im aktuellen Geschehen drin, bis heute zu leiden haben. Denn auch da gab es einfach im großen Stil Tötungen, Enteignungen, Vertreibungen oder eben, wie das in dem Fall gewesen ist, auch Festsetzungen, weil das für diese Personengruppe wohl auch nicht unüblich ist, umzureisen. Und dann so Zwangsfestsetzungen auf Grundstücken oder in Gegenden ist für die natürlich absolut das Gegenteil von kulturell sinnvoll. Und da gibt es noch eine angefügte Bonus-Geschichte über eine Autorin, eine Sinti-Autorin. Auch total toll. Also könnt ihr euch unbedingt mal angucken. Ist mit 34 Euro in Anbetracht der Menge an Seiten, die ihr bekommt. Auch alles andere als teuer. Also echt top. Danke. Ja, großartige Geschichte. Also Johann Ulrich von Marban Verlag hat uns das dann in der Vorbereitung zu dem Talk auch zugeschickt. Finde ich sehr interessant. Und was du gerade gesagt hast, die Sinti und Roma waren eine der großen Opfergruppen der NS-Zeit. Die verfolgten des Holocaust. Der heißt in Romanesch, in der Sprache der Sinti und Roma, heißt er Priamosch. Und hier in Hamburg, wo ich wohne, gab es eine ganz große Gruppe an Sinti, die ab 1940 auch alle deportiert wurden. Ich habe jetzt mit der KZ-Gedenkstätte Neuengamme noch im Mai auch einen Workshop gemacht über diese Familie Weiß. Also die Familie Weiß, die hier in Hamburg ansässig ist. Dazu gehört in entfernter Verwandtschaft zum Beispiel mit Django Reinhardt, mit dem großen Jazz-Gitarristen. Und dort habe ich dann auch erfahren, dass die quasi per se kriminalisiert wurden. Und deshalb haben die dann auch keine Entschädigung gekriegt nach dem Krieg. Da wurde einmal gesagt, ja, die sind ja generell von ihrer Rasse her kriminell. Und deshalb war das eine Präventionsmaßnahme der Polizei, die in die Konzentrationslager zu stecken. Und deshalb kriegen die dann keine Entschädigung. Und diese Verfolgung der Sinti und Roma, die ging halt bis in die 80er Jahre. Und die haben dann Hungerstreiks gemacht hier in Hamburg, in Neuengamme, aber auch in Bergen-Belsen. Und erst dann, Anfang der 90er Jahre, kam das Bewusstsein, nein, die genauso verfolgt wurden wie die Juden. Es gab eigene Baracken in Auschwitz-Birkenau, wo dann auch der KZ-Arzt Josef Mengele sich dann die Zwillinge rausgesucht hat von den Sinti und Roma und seine menschenverachtenden Experimente zu machen. Und diese Verfolgung hat quasi nach dem Krieg ging es einfach weiter. Die wurden halt nicht anerkannt und ihre Rechte als Verfolgte des NS-Regimes wurden lange unterdrückt und bis heute immer noch, dass Sinti und Roma vorab kriminalisiert werden. Das ist eine Form des modernen Rassismus. Das findet heute noch statt. Ja, definitiv. Das Z-Wort wird ja auch bis heute noch genutzt. Ich meine, es geht nicht nur um die Umbenennung von irgendwelchen Steaksoßen oder irgendwelchen Fleisch auf dem Teller, sondern das ist schon deutlich komplexer und deswegen sollte man das in sowas auch nicht festmachen. Ja, das wird bis heute noch benutzt. Ich kann mich erinnern, ich war mal in einer kleinen Stadt in Thüringen zu Gast bei einer Großtante von mir, die wohnt da und da war ein Wanderzirkus und irgendwie der Wanderzirkus war in so einem Park und in diesem Park da lagen überall Fäkalien rum und dann wurde das dann irgendwie erklärt mit eben genau diesem Wanderzirkus und das wären eben City und Roma beziehungsweise genutzt eben auch als Z-Wort und so und das war eine ganz interessante, auch unangenehme Situation. Also ich hatte so das Gefühl, keiner wusste so genau, waren die das, waren die das nicht, wer ist das überhaupt, aber das müssen auf jeden Fall die gewesen sein, weil das sind ja jetzt hier die Neuen, die hier ihren Wanderzirkus machen und so. Also ich will damit nur sagen, das war in den 90ern, das ist bis heute noch Thema oder ich habe auch Leute auch, ich glaube eine Ungarin war das in einem Krankenhaus mal kennengelernt, in dem ich zeitweise gearbeitet habe und auch die hat Geschichten erzählt aus ihrer Heimat von eben dieser Personengruppe, die alles andere als positiv waren. Ja, gerade in Ungarn sind das hauptsächlich Romanesch, also es sind zwei Volksgruppen, die die gemeinsame Sprache haben, das Romanesch und Rom heißt eigentlich nichts anderes als Mensch. Und Sinti, das waren die ersten, die emigriert sind wegen der Hungerskatastrophe vor 800 Jahren nach Europa, die kommen aus der Region des Flusses Sint in Indien, Grenzregion zu Pakistan. Und die Rom, die Romanesch, die sind dann zwei oder 150, 200 Jahre später emigriert, als die Islamisierung dieses Gebietes stattgefunden hat. Und die sind dann danach geflüchtet. Also die Emigriertsroute durch der Sinti, die ging auch durch die Türkei, mittleren Osten, Ägypten. Und deshalb hat sich dann für diese Volksgruppe dann auch dieses englische Wort Gypsy, das an Ägypten angelehnt ist, sozusagen etabliert. Und die Roma, die sind über Türkei und den Balkan emigriert zum Beispiel. In der Türkei sind zum Beispiel die Leute mit dem Z-Wort Glücksbringer, wie bei uns die Schornsteinfeger zu Silvester. Wenn du die anfasst, dann für Türken bringt das Glück. Und die wurden nämlich in der Türkei, wurden die nämlich als Gesellschaftsgruppe akzeptiert, als gute Handwerker. Also während des Osmanischen Reiches. Die haben die vollen Bürgerrechte gekriegt und sogar die Palastwache, das waren hauptsächlich, das waren Sinto. Und das hat sich nachher in Legenden weitergebildet, dass zum Beispiel in vielen Dracula-Geschichten dann diese Leibgarde von Dracula dann auch die Leute, die Zigeuner waren. Und dieses Z-Wort, das sagen die Sinti und Roma zu sich heute auch. Also meine Lebensgefährtin, meine Lebensgefährtin, die ist Sinti Hintergrund. Genau auch, sie kommt aus Sizilien, ist in Sizilien aufgewachsen. Die ganze Familie, es sind Clans, die leben im größeren Familienverbund zusammen. Da gibt es einen Vorsitzenden, der nennt sich dann Olli Bascher und sehr viel Musiker halt, aber auch viele Handwerksberufe. Es gibt zum Beispiel die Umbrella, die heißt in der Türkei, das ist auch eine Volksgruppe von denen, das war ein Schirmmacher halt, so nennen die sich heute auch. Interessant, da haben wir es. Ich habe es selber miterlebt, wie bei der Maria alltäglicher Rassismus entgegengeschlagen ist, ich konnte es auch nicht glauben. Ich war als Zeuge daneben und war teilweise fassungslos. Und das, was mir auch die Schüler gesagt haben von der Schule Maretstraße in Hamburg-Harburg, gibt es auch heute noch. Die werden auch heute noch verfolgt und da ist dreimal spucken, dreimal, wenn Sinti oder Roma bei dir dreimal vor den Fuß spuckt, dann bist du verflucht. Da kommt dieser Name auch her. Aber wie gesagt, das sind halt alles diese Legenden und Spukgeschichten, die es darum gibt. Aber eigentlich gibt es Sinti und Roma, das jüdische Leben gibt es seit 1300 Jahren in Europa und die Sinti und Roma, die sind im Mittelalter schon hierher gekommen und werden immer noch verfolgt. Das ist interessant, da müsste man sich eigentlich noch ein bisschen mehr mit beschäftigen. Bittest du auch Vorträge zu an oder ist das immer nur Teil von Vorträgen? Also wir haben jetzt die Biografie nachgegangen von Gottfried Weiß hier bei dem Projekt mit der KZ-Gedenkstätte Neungamme über den ersten Transport der Hamburger Sinti nach Belzeck zu dem Konzentrationslager am 6. Mai 1940, wo die dann auch interniert wurden. Und das ist ein sehr spezielles Thema. Es ist auch sehr schwierig, das zu bearbeiten. Würde ich gerne machen. Klar, darüber kann man reden, weil ich denke auch zum Beispiel, was kaum ein Mensch, das Thema in meinen Vorlesungen auch immer, da hatten wir dann so einen Kirmesmitarbeiter, der hat sich selber Gypsy Elvis genannt. Und dann weise ich auch immer darauf hin, dass die Mutter von Elvis Presley eine deutsche Sinti war. Die kam aus Rotenburg, äh nicht Rotenburg, aus Regensburg und entfernt verwandt auch mit Django Reinhardt. Sehr gut, da also ein Ausflug auch mal in dieses Themengebiet. Und wir haben hier wirklich noch eine bunte Auswahl, unter anderem habe ich noch gelesen und den kennt man auch, von Reinhard Gleis, der Boxer. Da gibt es definitiv auch Parallelen zu Maus. Ich habe den damals glücklicherweise auch in der Bibliothek bekommen. Hier zum Herz go Haft. Herz go Haft ist, wie man sieht, auch Boxer und vor allem aber auch Jude und der Comic ist in zwei Teile geteilt. Vielleicht erzählst du uns mal, was für Teile sind das denn? Also, das ist die Lebensgeschichte von Herz go Haft. Ein Jude, der quasi im KZ, also der war vorher verlobt mit seiner Verlobten und die haben sich große Liebe geschworen und seine Verlobte hat gesagt, wenn die Nazis kommen und wir uns trennen, deshalb, dann gehe ich nach Amerika später. Und das war sein großer Antrieb von Herz go Kraft zu überleben, den Holocaust zu überleben und die SS, die haben damals in den Lagern am Wochenende immer Boxkämpfe veranstaltet. Die Lager in Polen, die waren geografisch, lagen die nicht weit auseinander. Also, man fuhr dann irgendwie zwei bis drei Stunden von einem Lager zum anderen und dann hat dann der SS-Offizier seinen Profiboxer mitgenommen, das war einfach nur ein jüdischer Häftling und die dann auf Leben und Tod dann quasi am Wochenende bekämpfen lassen. Also, wie die Gladiatorenkämpfe im alten Rom sozusagen, es ging nicht um das sportliche Boxen. Ja, einfach nur der Unterhaltung wegen und das ist auch ganz interessant dargestellt, er hat dann so jemanden, der sich um ihn kümmert quasi, aber eigentlich auch nur, weil er halt ein sehr guter Boxer ist und damit kann dann dieser, ist das NS-Offizier oder was, oder SS-Offizier glaube ich sogar, dann da auch punkten und ist letztlich so ein bisschen so hier mein Vorzeugeboxer, guck mal, und die reisen damit dann auch durch die Lager und machen da so Turniere und so, das ist schon echt ganz krass und wir sehen halt eben auch vor allem viel dieses Lagerleben und wie er sich in so einen Rausch reinboxt und wie er dann ja letztlich auch seine Mitmenschen auch zu Tode boxen muss, ganz krass, sehr beeindruckend und auch erschreckend. Ja, Reinhard Kleist orientiert sich hier natürlich an der Biografie, die der Sohn von Herzko kraft, Herzko haftig geschrieben hat. Er ist ja danach, er hat überlebt, Herzko, und konnte dann in die USA emigrieren und wollte seine Verlobte wieder treffen und hat aufgrund dessen dann, ja, versucht seine Boxkarriere voranzuschreiben, um, dass sie ihn irgendwann wieder wahrnimmt und hat dann auch, gegen wen hat er nochmal geboxt? Das war ein ganz berühmter Boxer, ganz am Schluss auch. Ja, und ist dann wirklich auch in die Presse und die Medien gekommen, weil er wirklich gegen einen absoluten Champion geboxt hat, hat dann aber erst, ja, seine Verlobte wiedergetroffen im hohen Alter, als sie schon an Alzheimer erkrankt war und ihn nicht mal wiedererkannt hat. Es hat auch ein sehr dramatisches Ende. Und, ja, ich habe auch eine persönliche Beziehung zu dem Buch der Boxer, weil Reinhard Kleist war mein Dozent im Comic-Seminar 2012 mit Uli Oesterle zusammen und, ja, ich bin gerade 2011, 2011, da bin ich gerade aus Israel wiedergekommen, kurz vorm, vorm Comic-Seminar Erlang, wo dann Reinhard auch mein Dozent war und er hat damals an dem Boxer gearbeitet und ich habe dann zum Beispiel meinen Epilog gerade gemacht in Yad Vashem in Israel, der Holocaust-Gedenkstätte und ich bin da quasi eine Woche nach meiner Rückreise aus Israel bin ich dann zum Comic-Seminar und dann, ja, waren wir gerade beide sozusagen in Gedanken in den Lagern in Polen und haben uns damit beschäftigt und wir haben die Bildrecherchen ausgetauscht, ich habe ihm meine Fotos gegeben von, ja, von Yad Vashem und dann auch im Memorial de la Shoah in Paris waren dann auch ein paar Seiten vom Boxer auch ausgestellt. Enke Bilal und Reinhard Kleist wurde dort auch geehrt, ne, also Reinhard Kleist ist in Frankreich auch sehr, sehr gern gelesen, also er kommt dabei mal raus bei Kastermann bei der Edition Ecriture hat sehr hohe Auflagen der Reinhard. Ist auch eine interessante einfach Ausgangsgeschichte oder ein Quellmaterial, dass wir halt dieses Leben, dass wir hier dieses KZ-Leben, das ja auch große Rolle spielt und ein bisschen ja auch dieses Was kommt nach der Befreiung? Ist da wirklich eine Befreiung, eine vollständige Befreiung passiert oder ist da in der Psyche dermaßen viel passiert, dass man nie so richtig befreit sein kann? All das sind Dinge, die ja letztlich auch schon in Maus behandelt werden und hier jetzt noch diese Facette des Boxers ist halt eine ganz interessante, eine ganz neue, ist auch insgesamt ein bisschen, glaube ich, also deutlich dünner als auch die Maus, die ja doch zwei große Teile hat und, aber auf jeden Fall auch sehr interessant und eben auch eine sehr persönliche, emotionale Geschichte, die auch krass ist, aber vielleicht nicht ganz so explizit wie zum Beispiel in Maus und damit vielleicht geeigneter für ein breiteres Publikum. Ja, obwohl es ist natürlich für ein breiteres Publikum der Boxer, Rainer Kleis ist halt ein Spezialist für Biografien, also er hat ja Johnny Cash Biografie gemacht, dann der Traum von Olympia, auch eine biografische Geschichte einer Athletin, die im Mittelmeer ertrunken ist, auch sehr aktuell, er behandelt schon immer richtig, ja, er hat den Finger am Puls der Zeit, als Experte für Biografien, manche Kollegen nennen ihn auch Rainer Kleist der Zeichner in dem Leben anderer und wir haben ihn einfach nur, weil er damals mit seinem Kuba-Comic beschäftigt war, wir haben ihn nur El Presidente genannt bei uns im Seminar. Er ist ein herausragender Zeichner, er ist sehr schnell von seinem Stil her, es ist eine reine Freude ihm zuzugucken, wenn er arbeitet und er hat ein richtig gutes Händchen für Geschichten. Er kann diese Biografien richtig gut umsetzen, wenn er sich eine Biografie vornimmt, weiß er haargenau, wie er das visualisiert. Er hat natürlich auch das große Glück gehabt, dass zum Beispiel auch diese Johnny Cash Geschichte im FAZ Feuilleton erschienen sind, von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dort sind die als Strip erschienen und wurden nachher layouttechnisch von Carlsen Comics dann umgebaut zu einer Graphic-Novelle und damit hatte er dann diese Vorfinanzierung und hatte da schon für seine Comic-Seite schon 600 Euro pro Seite bekommen und er kann davon leben. Reinhard Kleis ist einer wenig deutschen Kollegen, die von ihrer Kunst leben können. Es waren vor 20 Jahren waren es 10 deutsche Comic-Zeichner und heute sind es auch nur 10 deutsche Comic-Zeichner, die das hauptberuflich machen können. Es ist einfach auch, also ich will nicht sagen, es geht wie geschnitten Brot, aber es geht wie geschnitten Brot. Also das ist schon einfach, das sind Riesenabverkaufszahlen, soweit ich weiß. Die erscheinen ja hier beim Carlsen Verlag seine Sachen und auch hier, der Boxer wurde auch in der FAZ auf 111 Folgen abgedruckt, kann ich hier gerade lesen auf seiner Seite und wir haben zuletzt bei den Comic-Cookies auch seinen H.P. Lovecraft-Band vorgestellt. Der heißt glaube ich nur Lovecraft, der ist ein bisschen auch vom Artwork her abstrakter als das, was er in den Biografien präsentiert. Es ist einfach auch eine tolle Auswahl, die er hat und er wird um seinen Status, den er meines Erachtens zu Recht hat, sicher auch von dem einen oder anderen Kollegen und Kollegen beneidet, kann man sicher auch sagen. Auf jeden Fall Mr. Graphic Novel und das meine ich ganz positiv. Reinhard ist ein großer Geschichtenerzähler und das, also eine abstrakte Biografie umzusetzen, hier bei Herzog Kraft, da lag halt eine Romanvorlage vor von dem Sohn von Herzog, aber in den anderen Biografien, wo er unterwegs war, dann hat er sich aus mehreren Quellen bedient und konnte die halt richtig dramatisieren und das ist die Krux, das ist die große Kür, wenn man das drauf hat, dann kann man Storytelling machen und das kann er. Super, das gleich zum Boxer. Du hast noch Dinge gelesen, zum Beispiel auch das Komplott, was ist denn das Komplott? Ah, das Komplott, das, ja, der Großmeister der Graphic-Novelle des Comics, Will Eisner, Will Eisner, bekannt auch durch den Spirit, ein jüdisstämmiger Zeichner aus, aus den USA, der auch in Hell's Kitchen aufgewachsen ist, sozusagen der Initiator des Wortes Graphic-Novelle, hat dieses wunderbare Werk geschaffen, unter anderem aber auch mein Vertrag mit Gott, das sind sozusagen seine längeren Geschichten oder Hell's Kitchen, auch Graphic-Novelle und in dem Komplott geht es über die wahre Geschichte der Entstehung der Protokolle der weißen Zions und wie die auch quasi in der NS-Zeit als ja Entstehungsmythos, Entstehungslegende um den Holocaust, um die Endlösung der Judenfrage gedient haben. Die Protokolle der weißen Zions ist eine der größten Verschwörungstheorien der Welt. Man sagt dazu heute ja nicht mal Verschwörungstheorie, man sagt lieber Worte wie Verschwörungsmythos oder Verschwörungsglaube. Das hat damals ein russischer Diplomat an der Pariser Botschaft geschrieben, um Zar Alexander zu überzeugen, die Juden aus dem Zarenreich in Russland rauszuschmeißen, dass sich der verarmte Adel quasi sozusagen die Eigentümer der Juden unter Nagel reißen kann. Es geht darum, dass an dem zionistischen Weltkongress, was 1860 ungefähr passiert ist, sich danach die großen Rabbiner der Welt auf dem Friedhof in Prag getroffen haben, um sozusagen die Übernahme der Juden der Weltwirtschaft, der Weltherrschaft sozusagen zu organisieren. Dieses Treffen hat es nie gegeben, ist eine reine Legende. Und auch diese Protokolle der weißen Zions ist eigentlich nur ein Stückwerk. Der Autor hat sich damals aus mehreren Quellen bedient. Adolf Hitler hat dieses Buch für wahre Münze genommen. Ich habe die Originalprotokolle auch gelesen, ich habe aber auch Mein Kampf gelesen. Mein Kampf ist echt das schlecht geschriebenste Buch, was ich je gelesen habe. Da ist wirklich ein Telefonbuch, eine literarische Wolllust dagegen. Und bei Mein Kampf geht es eigentlich nur auf eine Replik auf die Protokolle der weißen Zions. Und wir sehen halt, wie Will Eisner auch diesen Sprung schafft zu dem Umtrieb, wie nachher die Nazis auch das benutzt haben, um halt ihren Antisemitismus und auch den Holocaust recht zu fertigen. Die Protokolle der weißen Zions werden heute noch in islamischen Ländern verlegt und zählen dort noch auf den Bestsellerlisten. Den kriegt man noch, den zu kaufen? Ja, DVA, Deutsche Verlagsanstalt, ist ja erschienen, kostet auch nur 20 Euro, ist im Hardcover erschienen und kann ich sehr empfehlen, auch zum Einsatz am Unterricht an Schulen. Pädagogisch wertvoll, extrem wertvoll. Super, vielen Dank dafür, da habe ich noch gar nicht viel auf dem Schirm. Generell Eisner ist mir noch dessen Arbeit nicht so richtig vertraut. Interessant, 152 Seiten. Ja, also für mich, als ich dann nach Paris gereist bin, 2017, dann hing dann meine Seite von Drei Steine direkt neben den Originalseiten von das Komplott von Will Eisner und der größte Comicpreis der Welt ist der Will Eisner Award, der bei San Diego Comic kommt. Ja klar, den kenne ich natürlich, ja. Und das war dann irgendwie eine ziemliche Ehre sozusagen und ich kann es nur empfehlen und gerade jetzt zu der Zeit Corona-Krise, Verschwörungserzählungen, Verschwörungsmythen haben richtig Aufschwung erlebt und hier kann man mal sehen, wie so ein Ding entsteht und wie es sozusagen zum Genozid geführt hat. Aber ich kann hier gerade sehen, dass auch der scheinbar out of print ist, denn den gibt es nur zu Mondpreisen im Netz auf Deutsch, in der deutschen Fassung. Auch sauteuer, 50 Euro sehe ich hier für eben das deutsche Hardcover oder hier sogar auf Ebay sogar 71 Euro, also du hast ja einige Wertanlagen zu Hause stehen, Nils. Okay. Prima. Danke dafür, dann machen wir weiter mit einem Comic, der vor allem so ein bisschen aktueller ist. Ein Comic, der sich auch mit, ja, letztlich einer einfach moderneren, aktuelleren, zeitgenössischeren Nazi-Szene beschäftigt. Einer, die du ja auch letztlich zum Teil thematisierst bei dir und auch hier haben wir den Comic Weiße Wölfe von David Schraven und Jan Feind vorab bekommen von Korrektiv Comics für die Gesellschaft, auch dafür vielen lieben Dank und das Ding ist komplett schwarz-weiß und wirkt ein bisschen so, als hätte man hier über Fotos drüber gezeichnet oder eine Illustration basierend auf Fotos gemacht. Wir erleben hier die Geschichte eines jungen Mannes, der sich zunehmend radikalisiert und das auch sehr eindimensional macht. Also es gibt eigentlich nur noch dann diese Feindbilder, die er als Nazi halt verfolgt. Das Ganze basiert wohl auf Recherchen von dem David, glaube ich. Das weißt du aber ein bisschen genauer. Bevor ich jetzt hier weiter rumstammel, vielleicht kannst du noch ein paar Details ergänzen. Ja, Weiße Wölfe behandelt sozusagen die Neonazi-Szene von Dortmund in den 90er- und 2000er-Jahre. Meine Geschichte spielt von 1983 bis 1985, aber einige Akteure sind gleich, wie zum Beispiel SS-Sigi Siegfried Borchardt, Gründer der Borussenfront, diese ganze Hardcore-Neonazi-Szene aus Dortmund, die in Dortmund auch für fünf Todesopfer gesorgt haben, auch der Anschlag der NSU, der mit Kubaschik, der 2006 ermordet wurde, das ist ja auch thematisiert. David Schraven, Journalist, war früher bei der Westfälischen Allgemeinen Zeitung, Investigativ-Journalist und hat die Neonazi-Szene dort beobachtet und hatte auch Kontakte dazu. Und hier wird halt die Geschichte erzählt von einem Neonazi, der aber auch V-Mann war des Verfassungsschutzes und er selber verantwortlich war für die Waffenübergabe an dem danach kommenden Brieffreund von Beate Zschäpe, Robin S., der hat dann einen Ägypter quasi in den Kopf geschossen, der zum Glück überlebt hat. Aber dort ist auch sozusagen die Verbindung der Dortmunder Neonazi-Szene zum NSU und auch die Turner-Tagebücher finden hier Einfluss. Das ist das System des führerlosen Widerstandes, dass es halt einzelne autonom agierende Terrorzellen gibt. Zu dem Out, das ist halt der Autor David Schraven, der sich jahrelang damit beschäftigt hat. Der hat dann nachher das Korrektiv gegründet. Im Korrektiv ist auch dann erschienen, David Schraven versucht sich dann auch bei anderen Graphic-Novels als Szenerist zum Beispiel auch über diesen Abschuss der holländischen Passagierflugmaschine über der Ukraine. Dazu gab es dann vorher schon mal einen Comic, den David Schraven geschrieben hat. David Schraven ist aber auch sehr bekannt als Journalist. Der Zeichner Jan Feind hat hier an der Design Factory in Hamburg studiert, war Kommilitone meiner Atelierkollegin Stefanie Wegner. Nachher hat er dann weiter studiert in Tel Aviv und hat dort zum Beispiel auch gelernt bei Michel Kischka und bei David Polonski. Michel hatten wir ja schon, David Polonski kommen wir gleich auch nochmal drauf. Und was sehr interessant ist, ist, dass für Jan Feind hatte nur sehr wenig Zeit das umzusetzen. Hat teilweise Fotokopien überzeichnet oder Fotokopien umgesetzt, verfremdet in Photoshop. Das ist glaube ich insgesamt innerhalb von einem halben Jahr zusammengestampft worden, das Ding. Das war sehr krass und es war für Jan Feind auch eine persönliche Wiedergutmachung, die er dort betrieben hat, weil sein Vater war der Hauptstaatsanwalt, der Michael Kühnen damals in Knast gebracht hat. Michael Kühnen, der jungen Adolf Hitler, Führer der deutschen Neonaziszene der 80er und 90er Jahre. Und er musste, Jan Feind musste jahrelang mit Polizeischutz immer zur Schule gebracht werden. Oh, krass. Das ist auch interessant von der Entstehungsgeschichte her. Für euch da draußen nochmal der Hinweis, diesen Comic gibt es auch komplett, digital, legal und kostenfrei auf der Seite des Korrektiv zu lesen, kann man sich durchklicken und anschauen oder aber man bestellt eben die gedruckte Fassung davon für 15 Euro, das ist auch echt günstig dafür, dass ihr den richtig dicken Schinken kriegt, der wirklich gut zu lesen ist, sich auch schnell wegliest und auch sau interessant ist. Das kann man auch viel gelernt, so glaube ich zumindest, wenn das alles stimmt, wie es da drin steht und ist auf jeden Fall auch ein interessantes Artwork. Du hattest glaube ich in irgendeinem Vorgespräch mal gemeint, dass es für dieses Artwork und diese Umsetzung auch Anfeindungen und Schelte gab, weil andere diese Art von Illustration auch nutzen und man ihnen dann da so ein bisschen in eine Schublade gesteckt hat, stimmt das? Ja, also Jan Feind hat mir gesagt, er hat sich da stilistisch orientiert an diese Fan-Scenes der Nazi-Szene aus den 80er, 90ern, das waren halt Fotokopyart-Fan-Scenes und die haben sich dann eigentlich an die Fan-Scenes orientiert, der Punk-Szene, also zusammenkopiert, wo grafische Elemente dann auch aus der NS-Zeit verwendet werden, wie Reichsadler etc. Timo Reinfrank von der Amadeo-Antonio-Stiftung hat mir gesagt, ja, wäre ein bisschen kritisch zu sehen, weil das wäre teilweise von der Bildsprache so, dass es wieder Nazis auch cool finden könnten. Zu dem Hauptcharakter, zu dem Charakter-Design, da hat Jan Feind mir gesagt, den hat er irgendwie auch neutraler gestaltet, weil der Originalcharakter, ich kenne den Typen auch, das ist ein schleimiger Prolet, nichts anderes, der sieht auch aus wie ein schleimiger Prolet, so ein anaboliker, gepumpter Bierbauch, mit langen Haaren, mit Assi-Tattoos, mit Tribals, der gerne mit Waffen posiert, das ist der Originalcharakter und ich kenne ihn, ich kenne ihn persönlich, ich kriege so einen Hals, wenn ich nur dran denke. Und da hat Jan Feind auch gesagt, nee, den wollte ich nicht eins zu eins als Charakter-Design nehmen, deshalb habe ich den dann eher als Skinhead, als schlanken Skinhead gemacht, dann konnte ich dann auch besser mit der Figur umgehen. Und ich als Autor kann das gut verstehen, aber ich kann auch die Kritik von Timo Reinfank verstehen. Also ich halte das Buch für sehr lesenswert und kann es empfehlen, aber man muss dann auch wirklich da auch sagen, es ist aus der zweiten Reihe erzählt. Also es ist nicht autobiografisch wie Maus, es ist wirklich auch anhand von einer journalistischen Reportage und so muss man es auch sehen. Es ist eine journalistische Reportage. Und scheinbar auch ganz gut recherchiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Also nicht irgendwie großartig fiktionalisiert. Sehr gut, auch das Einbauen der Turner-Tagebücher und auf die Turner-Tagebücher hat sich ja die NSU bezogen. Also das Grundmanifest des führerlosen Widerstands. Und das geht, das zum Beispiel ist auch nur ein Plagiat, weil das geht nämlich zurück auf The Iron Heel von Jack London. Ein kommunistisches Manifest. Also der Nationalsozialismus entnimmt oft Anleihen im Sozialismus. Okay, alles klar. Ja, ich habe das Gefühl, das ist so, bei dem pikst man so an eine Stelle und dann kommt da tausend Informationen. Das ist schon echt beeindruckend. Super, okay. Also Weiße Wölfe, zurück zum Thema, geiles Ding kann man sich geben, ist einfach auch grafisch sehr interessant. Guckt mal online rein. Ich meine, tut ja nicht weh, ist es kostenfrei einfacher und günstiger wird es nicht. Ja, aber auch der Kaufpreis von 15 Euro, dafür kriegt man ein gutes Buch und man weiß auch nachher, die haben mehr Insights zu dem NSU-Komplex. Ich bin jetzt mit den Dingen, die ich gelesen habe, beides gehen durch. Wir haben aber noch eine Liste an Dingen, unter anderem gibt es da auch was, das hat, glaube ich, die Zentrale für politische Bildung auch mit gefördert, den Andi-Comic, den es übrigens auch komplett digital und online kostenfrei gibt. Den gab es, glaube ich, auch mal gedruckt. Ich weiß nicht, kann man da viele Worte zu verlieren? Der Andi-Comic, nicht Bundeszentrale, es war der Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen, die haben das gefördert und auch der Autor, der Szenarist dahinter ist ein Verfassungsschützer, ist Doktor der Soziologie, auch der sich quasi sehr viel mit Aufklärung Rechtsextremismus beschäftigt. Verfassungsschutz muss man aber auch zwiespältig ansehen, gerade auch was den NSU-Komplex angeht. Es gab dann nachher den Andi nochmal in mehreren anderen Versionen, wo es dann auch gegen Muslime ging und es war dann teilweise, wo ich gedacht habe, ey, jetzt fünf Euro bitte für die Klischee-Kasse. Ja, Andi-Comic haben wir hier auch drin, wird hier auch besprochen bei Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus im Comic. Das ist eine Studienarbeit unter Anleitung von Ralf Paland, der Herausgeber, wird da auch besprochen. Also wie gesagt, es war kostenlos erhältlich für Schulen etc. Aber auch dort, es ist auch aus der zweiten Reihe erzählt oder sogar aus der dritten Reihe erzählt, hat keine autobiografischen Bezüge, ist wenig authentisch. Aber es thematisiert die Radikalisierung und Propaganda der Neonazis an Schulen. Und das ist ein Thema zur Entstehung des Andi-Comics, wo waren noch die Rechtsrock-CDs, die an Schulen verteilt wurden. Heute läuft die Propaganda der Rechten eher über die Social-Media-Kanäle ab. Also weniger Facebook, da sind die Jugendlichen nicht mehr unterwegs. Heute geht es über Instagram und TikTok. Klar, Facebook, die Social-Media-Plattform der alten Männer und Frauen. Ja, super. Dann gibt es noch die von dir sehr geschätzten Tagebücher der Anne Frank. Oh ja, die Tagebücher der Anne Frank. Also es gibt mehrere Tagebücher der Anne Frank. Ich habe mit Ralf Paland gesprochen. Er hat gesagt, es gibt international über 30 Comic-Adaptionen der Tagebücher von Anne Frank. Und das hier ist sozusagen die ältere Anne Frank, das Leben der Anne Frank. Eine grafische Biografie von Sid Jakobsen und Ernie Colon. Wurde herausgegeben von dem Anne Frank Haus in Amsterdam. Aber was ich herausragend finde und sehr empfehlenswert, das ist von Ari Formen und David Polonski die Tagebücher der Anne Frank gefördert und finanziert auch von dem Anne Frank-Front in Basel. Den Anne Frank-Front in Basel hat der Vater von Anne Frank selber gegründet. Das ist unter die Stiftung, die die Nutzungsrechte der Anne Frank-Tagebücher verwertet und weltweit Projekte gegen Antisemitismus und gegen Rassismus fördert. Und Ari Formen ist bekannt und David Polonski sind bekannt als Duo durch Walt Smith-Baschir, diesen Animationsfilm, was mit der Rotoskopie-Technik erstellt wurde, die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat. Ari Formen hat Regie und Drehbuch gemacht. David Polonski war damals auch der Art-Director von Walt Smith-Baschir. und hier sind die beiden großen Künstler hier wieder zusammengetreten und haben diese Tagebücher gemacht, die auch gerade in der Verfilmung sind bei mehreren Trickfilm-Studios in Brüssel und Amsterdam. Sollte eigentlich dieses 2020 im September erscheinen, aber Corona-bedingt wurde das halt verschoben. Es arbeiten ja bis zu 500 Leute an einem Trickfilm. Kann ich auch gut verstehen, dass es jetzt ein bisschen dauern wird, aber ich bin sehr gespannt auf die Animation. Was ich sehr gut finde hier in den Tagebüchern der Anne Frank ist auch die Darstellung des Widerstands des 20. Juli, wo dann der Stauffenberg versucht hat, Adolf Hitler in die Luft zu jagen, was ja nicht geklappt hat in der Wolfsschatze. Das wird hier sehr gut dargestellt, das war ja nur ein Versuch, dass die Alliierten hier einmarschieren nach Deutschland und auch Stauffenberg und Kollegen, wäre garantiert keine Demokratie entstanden. Das wäre eine Militärdiktatur geworden. Und Stauffenberg, der immer so hoch gehalten wird, auch von den neuen Rechten, Stauffenberg war auch ein Nazi. Da machen wir uns mal nichts vor. Also er hat seiner Frau Briefe geschrieben von der Besatzung von Polen, wie er die jüdischen Untermenschen bezeichnet. Da kriegt er einen Schock. Das sind für mich andere Widerständler in der NS-Zeit wie Elsa zum Beispiel oder die Geschwister Scholl. Die wesentlich mehr Bedeutung und Leuchtkraft haben als Stauffenberg. Den finde ich total überbewertet. Der ist interessant. Der hat nämlich einen eigenen Film bekommen, der auch gut besetzt war. Der war gut gemacht. Das Valkyre-Projekt sollte aber auch damals irgendwie anders erscheinen. Aber die haben halt den Showrunner gekriegt mit dem Ex-Scientology oder noch Scientology Tom Cruise. Und aufgrund seiner Verbindung zur Scientology haben die dann in Berlin auch nicht die Dreherlaubnissen gekriegt, die sie eigentlich haben wollten. Die wollten im Hof des Bundesverteidigungsministeriums drehen und da durften die nicht drehen. Es war dann doch nachher der Hof vom Bundesrechnungshof. Sicher. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied für den Zusehenden aus den Staaten. Diese 30 Variationen, der Tag über von der Anne Frank, die scheinen jetzt unterschiedlicher Qualität zu sein. Du hast da jetzt einen Liebling rausgepickt. Aber ganz ehrlich, also inhaltlich haben die alle nichts zu erzählen, was man nicht auch in der Vorlage lesen könnte, oder? Nein, also ich sag mal, wenn Anne Frank nicht in Bergen-Belsen ermordet werden würde, hätten wir von Anne Frank garantiert als berühmte Autorin oder Journalisten in der Geschichte gehört. Also sie war schon eine herausragende Schreiberin in ihrem jugendlichen Alter. Und David Polonski und Ari Forman halte ich für herausragend in der Erzählweise, auch in der grafischen Darstellung. Und in der bildungspolitischen Arbeit ist dieser Trickfilm einfach nur abzuwarten. Da müssten dann wirklich reihenweise die Schulklassen durchgeschleust werden, weil die Ära der Zeitzeugen geht langsam zu Ende. Die Überlebenden der Verfolgten des NS-Regimes sind jetzt alle über 90. Die können langsam nicht mehr vor Schulklassen auftreten. Und diese Erinnerungskultur muss neue Formen und neues Gewand kriegen. Und da finde ich dann das extrem wichtig, dass es dann sowas gibt. Und weil wir jetzt schon bei Anna Frank sind, möchte ich dann gerne noch ein Buch vorstellen. Das ist Das versteckte Kind. Im Panini-Verlag erschienen von Luc de Volney, Marc Lisano und Gretz Celsado. Marc Lisano ist in Deutschland vielleicht auch bekannt, weil er mit Ulf K., mit Ulf K. Heimburg zusammen Vater und Sohn gemacht hat. Ja. Die Neuerzählung. Und das ist hier quasi auch eine Art Anne-Frank-Geschichte. Von einem Kind, was im Schrank versteckt wurde bei der Besetzung der Nazis in Frankreich. Und das finde ich so charmant und gut erzählt und wenig grausam, dass ich das sogar schon Grundschülern empfehlen kann. Aber um das Thema schon zu sensibilisieren. Und da gibt es halt wenig einfachen Einstieg in dieses schwierige, komplexe Thema Holocaust, NS-Zeit, Verfolgung und Rassismus. Und da denke ich mal, das ist ein gelungener Wurf, der dort entstanden ist. Also Marc Lusano habe ich selber auch kennengelernt bei der Comicale in Aachen. Und er wollte eigentlich, wollte er nach diesem Buch, wollte er eine Biografie machen über Osa, über den Vater von Vater und Sohn. Ja, wie es scheint, weil du das jetzt auch sagst mit schwieriges Thema und Einstieg finden auch in Grundschule und so, das scheint immer ein ganz schwieriges, zweischneidiges Schwer zu sein. Auf der einen Seite ist es ein, selbstverständlich, ein super wichtiges Thema, wird es sensibilisiert werden, muss gerade, weil auch viel dranhängt, das sich bis heute ja auch in die Gesellschaft einfach reinzieht. Da ist viel Grausames passiert, das nicht wieder passieren darf und auch wie es dazu gekommen ist, welche Mittel genutzt wurden, auch während des Krieges und danach und davor und hast du nicht gesehen, dafür, da muss einfach irgendein Bewusstsein für geschaffen werden und ich würde jetzt auch nicht so tun wollen, als hätte ich da jetzt vollumfänglich Ahnung, sondern kennen mehr so grobe Strukturen. Andererseits könnte ich mir gut vorstellen, dass es an Schulen auch ein Thema ist, das irgendwie immer mal so ein bisschen eine Rolle spielt und den jungen Menschen vielleicht auch nicht unbedingt so mega interessiert, wenn er es zum fünften oder sechsten Mal auf dieselbe Art und Weise aus dem Geschichtsbuch vorgelesen bekommt. Vielleicht ist so ein Comic da wirklich eine Möglichkeit, das Ganze ein bisschen aufzulockern und interessant zu erzählen. Ja, der Einstieg ist halt für die Jugend einfacher in das Thema. Durch das jugendaffine Medium Comic kommt man da viel besser ran an diese Thematik als jetzt diese ganzen Broschüren und Unterlagen, die es gibt über Rechtsextremismus. NS-Zeit gibt es auch sehr viel in Frankreich, unwahrscheinlich viel, gibt es sehr viele Resistanz-Geschichten, aber auch Holocaust-Geschichten. Das kann man schon fast ein Genre nennen in Frankreich. Da kommt in Deutschland mal wieder nur der Eisberg sozusagen zur Veröffentlichung, also die Spitze des Eisbergs. Also da muss ich sagen, dass die Lehrer und Pädagogen da auch dankbar sind, dass die mit dem Comic dann den Einstieg finden, dass sie die Aufmerksamkeit kriegen zu den Schülern. Und dabei muss man sagen, dass die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften, die GEW, jahrelang eine Kampagne gegen Comics gemacht haben. Das ist ja auch nochmal ein Thema, da könnte man Stunden drüber sprechen, warum in Deutschland gerade Comics so einen schwierigen Stand haben und wer da von wem verbrannt worden ist und welche Auswirkungen und so. Da haben einfach Leute irgendwie ein Problem mit Bildern und Sprechblasen. Das ergibt eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, dass es da diese Kampagnen gibt und gab. Dass bis heute noch Leute da Probleme haben. Ich habe mich in München mit jemandem drüber unterhalten, der fand zum Beispiel den Begriff Comic schon mal so doof, weil der so nah dran wäre an dem Begriff Komödie. Und jetzt werden ja alle Comics natürlich immer super lustig und so, wie wir heute gelernt haben. Wir haben uns ja bei allen Comics weggelacht und das fand ich schon total doof und dabei hätte er doch früher auch immer ganz viel Lucky Luke gelesen und so. Und ich meine, wir brauchen jetzt nicht dieselben Themen wieder aufwärmen, über die wir uns immer unterhalten, an Comic-Stammtischen. Aber es ist schon so, dass der Comic bis heute in Deutschland einfach ein schwieriges Standbein hat. Und meinetwegen sollen wir ab sofort alle den Begriff Graphic Novel verwenden. Wenn es irgendwie einen Erfolg für die Szene hat, dann ist mir das recht. Also diese Verfolgung des Comics, also in der NS-Zeit war Comic, oder die Comic-Zeichner waren verpflichtet zur Propaganda. Die mussten im Reichsgrafikerbund eintreten für eine Arbeitserlaubnis. Und wenn sie das nicht gemacht haben, dann hieß es dann, Waffe über die Schulter und ab zur Ostfront oder ab ins Lager. Sehr viele deutsche Zeichner, auch der Zeichner von Nick Natterton oder von dem Mäckifon, hör zu, die haben vorher Propaganda gemacht, Judenverfemdung. Auch der Stürmer, der Zeichner Fibs dort, die ganz schlimmsten gezeichneten Antisemitismen gemacht. Und damit war bei den deutschen Intellektuellen der Comic ein Werkzeug der Propaganda unter Goebbels. Und dann kam er mit den Besatzern wieder, mit den Superhelden. Und dann gab es in den 50er Jahren dieses Buch Seduction of the Innocent. Und das hat die GEW wörtlich genommen. Das hat in Amerika zu dem ACC geführt, zum American Comic Code. Selbst in so der Verlage. In Kanada wurden gar keine Comics mehr veröffentlicht. In Frankreich wurden die Superhelden nicht mehr auf Lizenz gedruckt, sondern in Frankreich kam dann das Entstehen der Comic-Industrie in Frankreich dadurch. Das Pilotmagazin, Lucky Luke, Asterix, etc. hätte es nicht gegeben, ohne Seduction of the Innocent. Hier in Deutschland hat es dazu geführt, dass wir deutschen Zeichner uns in der Werbung prostituieren müssen und nicht unsere Bücher machen können. Und das haben die deutschen Comic-Verlage. Ich habe mit allen Chefredakteuren gesprochen, von Carlsen, Erhapa und auch mit Panini. Und ich habe gesagt, eigentlich müsste ein Mitarbeiter bei euch in der Redaktion sitzen, der für die Künstler die Förderanträge stellt. Weil im Kulturstaatsvertrag der Bundesregierung steht drin, dass jede Kunstform förderwillig ist, genau wie Film gefördert wird. Aber Comic ist das einzig ungeförderte Kunstmedium in Deutschland. Theater kriegt pro Ticket 15 Euro. Eine Oper kriegt sogar 75 Euro pro verkauftes Ticket. Theaterticket 45 Euro. Und hier Comicbücher, Comichefte kriegen 0 Euro Finanzierung. Das sieht in Frankreich und in Skandinavien ganz anders aus. Wir haben doch hier häufiger jetzt auch diese Comicstipendien, auf die sich gefühlt alle bewerben. Ja, die Comicstipendien in Berlin ist nur für Berliner. NRW hat auch irgendwas gemacht. Ja, da gibt es auch was, ist aber total wenig. Dann gibt es noch diesen Preis in Stuttgart, den auch Vater Milch gekriegt hat von Uli Oesterle. Ich selber war eine Artist in Residence in Österreich, Krems Karikaturenmuseum. Gottfried Gusenbauer hat mir das ermöglicht. Da habe ich auch drei Steine das Storyboard fertiggestellt. aber es gibt total wenig und es ist nicht deckend und es ist regional und reicht nicht. Den Eindruck habe ich auch, wenn man mit den Leuten spricht und schaut, was in den Social Media Gruppen gepostet wird. Und das ist immer noch, was ich sagen muss, der Nationalsozialismus hat das kulturelle Anglitz Deutschlands zerschlagen, in Splitter zerschlagen und dieses Anglitz wurde teilweise rekonstruiert, aber an der Seite der grafischen Erzählkunst ist da immer noch eine klaffende Lücke. Schön formuliert. Wir haben jetzt noch ein paar wenige Minuten. Wie sieht es aus? Wollen wir noch Comics vorstellen? Gibt es da noch was oder wollen wir uns vielleicht eher auf aktuelle Dinge noch stürzen? Ich gucke mal eben, ja kurz erwähnt nochmal, sollte man vielleicht noch die Comics der Anne Frankhäuser, die Kriegsgeschichten, die Suche zum Beispiel. Noch kurz erwähnen, das ist sehr wichtig halt, auch sehr günstig zu kriegen und ansonsten sollten wir vielleicht auch auf die aktuellen Strömungen und sowas reingehen. Was mir aufgefallen ist, jetzt nach dem Sturm auf den Kongress in den USA, dass von dieser Alt-Right-Szene auch angeheizt wurde. In Amerika gibt es ja diese Alt-Right-Heroes, die sich an dem Marvel-Publikum orientieren, auch so ein Marvel-Skid, wie viel gezeichnet sind, dort auch hohe Auflagen erscheinen und das finde ich schon richtig krass, dass es dann wirklich auch Nazi-Comics von den Rechten gibt. Ja und wie du schon sagst, da gibt es ja auch eine gewisse Käuferschaft und ich meine, nicht ohne Grund hat Trump so eine riesen Anhängerschaft und man weiß ja auch, wer da teilweise mit dabei ist. Das findet scheinbar auch eine Plattform und eine Strömung und das könnte unter anderem ja auch daran liegen, dass es echt eine ganze Menge sozial schwache Schweine in den Staaten gibt. Also echt arme Leute, die so ein bisschen auf dem Land leben, die so ein bisschen zu den vergessenen Zielen, die sowieso keinen großen internationalen Anschluss haben, im Sinne von einfach auch einen intellektuellen Anschluss haben an irgendwas über ihre Stadt oder über ihre Staatsgrenzen hinaus. Leute, die auf einem flachen Land leben, wenn man so will und vielleicht ist genau das das Publikum, dass damit sowas erreicht werden kann, weil diese Medien dann natürlich irgendwie auch Feindbilder liefern, die es schön einfach machen, irgendwen zu hassen und dann halt seine Energie dahin zu fokussieren. Ja, da läuft gerade auch in den USA ziemlich viel über Crowdfunding. Man muss mal sehen, dass jetzt bei der letzten Wahl, es haben 70 Millionen Menschen für Donald Trump gestimmt. Das ist ja fast ganz Deutschland so viele Einwohner hat, also 70 Millionen. Das ist eine immense Masse für eine Wählerschaft und ganz viel läuft in den USA über Fundraising und dort gehen dann auch Spenden rein. Da gehen auch Spenden in solche Produktionen wie All Right Heroes zum Beispiel und das ist eine Finanzierung und die es dann möglich macht, so qualitativ hochwertig auch diese inhaltlich beschissenen Dinger zu produzieren. Sind die beschissen oder sind die gut gemacht? Die Story ist total daneben. Also wirklich Klischee, keine Storyline. Gut gezeichnet, gut koloriert, aber dann hört es auch schon auf. Jetzt haben wir in Deutschland ja auch ganz aktuell einen Verlag, der sich mit sowas kümmert. Die sind mir aufgefallen, nicht etwa, weil die besonders gute Comics hätten oder so, keine Sorge, sondern weil die mir gefolgt sind auf Social Media Plattformen und dann habe ich die natürlich gleich mal geblockt. Das ist ein Verlag aus Dresden, der sich nennt, wie die Nazis bei Captain America das eben auch tun und die folgen ganz vielen Social Media Accounts. Daraufhin habe ich mir einfach mal überlegt, mache ich mal einen Tweet, der auch relativ oft geteilt wurde und inzwischen gibt es auch einen schönen Beitrag von Geeky Regie, an der Stelle liebe Grüße an die Jungs und Mädels aus Franken, glaube ich, ist es. Denn Comics sind bunt, nicht braun. Und ja, das ist einfach ein Verlag, der folgt ganz vielen Nerdkanälen auf den Social Media Plattformen. Viele davon haben sich entschieden, die zu blocken, um denen auch keine Plattformen zu bieten. Und ich muss sagen, ich weiß nicht genau, ob ich das erschreckend finde, aber eigentlich war es doch absehbar, dass irgendwann auch die Nazis für sich das Comic-Medium entdecken, was sie ja vor gar nicht allzu langer Zeit auch zum Beispiel für die AfD getan haben. Ja, ja, aber diese Comics und Nazis gibt es schon länger. Es gab schon in den 80ern und 90ern Fanscenes mit Comics, aber wie gesagt, nur Fanscenestyle und sowas. Ja, was wir jetzt halt da sehen, ist ein Kollege aus München, der auch aufgefallen ist im Social Media an den Teilen von Inhalten von Neurechten Verlagen oder Jungfreiheit-Artikel etc. und das hat dann nachher, er hat sich auch mal für die AfD zur Wahl gestellt, Lokalwahl, und das kam dann nachher die Krux raus, dass er dann 2019 den Wahlkampf-Comic für Björn Höcke gemacht hat. Das waren Zweiseiter, aber Stil, Sprechblase, Zeichenstil, Kolorierung genau gleich wie viele Panels von dem Verlag, der nach den Feinden von Captain America genannt ist und hinter diesen Captain America Feinde Verein, schwierige Umschreibung, Verlag aus Dresden, aus Dresden, da steht eigentlich der Verein 1%. Und 1%, das kommt aus den Neurechten Thinktanks-Umgebung. 1% wurde gegründet von Jürgen Elsässer und von Götz Kubitschek. Jürgen Elsässer, früher linker Journalist, danach rechts, Pegida-Redner, hat das Kompakt-Magazin gemacht, Götz Kubitschek, früher Journalist bei der Junge Freiheit, Junge Freiheit, auch Neurechter Verlag. Er hat nachher das ISF gegründet, das Institut für Staatspolitik und den Verlag Sezession und Antalios Verlag. Sezession ist sozusagen das Magazin und der Live-Blog von denen und Antalios, der Buchverlag. Und der hat den Verlag, der quasi auch mitverantwortlich ist für die Entstehung des Flügels in der AfD. So, dahinter steht Götz Kubitschek. Und der verfolgt das Schema der kulturellen Hegemonie, das heißt Hauptsache in den Schlagzeilensaalen, Hauptsache Awareness erzeugen. Er ist auch ein großer Mentor von Martin Sellner von der Identitären Bewegung. Und da kommen wir jetzt auch zu den Kollegen da aus Dresden. Kollegen möchte ich die gar nicht benennen. Die Identitäre Bewegung in Deutschland, das sind hauptsächlich Kader aus der JN, aus den Jugendkadern der NPD. Und das ist auch dieser Verleger, wie er sich da aufspielt, hat auch ganz krassen NPD-Hintergrund, Kameradschaft und auch schlagende Verbindungen etc. Und also jetzt kann man die Nazi-Keule nicht mehr wieder anmeckern, sondern das ist wirklich Hardcore-Nazi-Connection dahinter. Und da muss man auch krass sagen, die versuchen natürlich, werden versuchen, irgendwelche Festivals, Messen etc. zu unterwandern, genau wie das Antalios oder Junge Freiheit auch auf den Buchmessen in Frankfurt macht. Also von den Comic-Veranstaltungen, gerade von den Größten, können wir mit Sicherheit sagen, dass die sensibilisiert sind für das Thema und höchstwahrscheinlich da kein Stand auftauchen wird, egal wie sie dies versuchen. Ob man das dann wieder als Mittel benutzt, um sich dann selbst zu präsentieren, als Opfer zu präsentieren, was so Nazis ja gerne beim Machen, sich als Opfer präsentieren. Ich meine, in gewissen Rahmen sind es einfach Opfer, aber eher auf einer anderen Ebene. Das ist natürlich durchaus eine Möglichkeit. Also dass wir die live großartig sehen werden, würde mich überraschen. Aber bei den Buchmessen, das könnte schon durchaus passieren, denn die haben sicherlich nochmal andere, ja sag ich mal, Leitlinien, wonach die ihre Aussteller aussuchen. Ja, dieses Mi-Mi-Mi-Täter-Opfer-Umkehr ist ja irgendwie so eine Standardfloskel bei denen. Jein, also ich war ja auf der Buchmesse 2016 die Gegenaktion zur Jungen Freiheit auf der Buchmesse, die dann verbannt wurden in die Halle 4.1, wo hauptsächlich linke Fahrlages stehen. Das gibt aber auch eine Vorgeschichte. Es gab einen Nazi-Verlag auf der Buchmesse in Dänemark, der ausgeschlossen werden sollte und dieser Nazi-Verlag hat sich dann aufgrund des Presserechts am Europäischen Gerichtshof wieder reingeklagt. Und da hat die Frankfurter Buchmesse gesagt, ja okay, die dürfen Stand hier haben, aber wir sind hier Hausherr, wir bestimmen, wo die den Stand haben und wie die den Stand haben. Und somit haben sie die dann umzingelt. Ein Jahr später war dann die Comic-Solidarity gegenüber der Jungfreiheit. Und jetzt machen wir den Schulterschluss dazu zu dem, weshalb wir jetzt zusammensitzen. Comics gegen rechts, das war ja eigentlich auch eine Aktion der Comic-Solidarity, wo dann halt Comic-Zeichner über die Webpage laut gegen Nazis ist das glaube ich. Das ist dann sozusagen der Verein, der das mit gehostet hat als ladungsfähige Adresse. Aber eigentlich stehen da dahinter auch die bemerkenswerte Kollegin, charmante Kollegin Sarah Burini. Ja. Das Leben ist kein Ponyhof-Zeichnerin, die das mit einer anderen Kollegin von der Comic-Solidarity inszeniert hat. Und sozusagen kann man dann auf diese Homepage gehen von Comics gegen Nazis, dort die Bilder runterladen, die nachher im Social Media, im Kampf gegen Recht sozusagen auch mitverbreiten. Ja, Comic-wegen-Rechts.de ist das. Auch wenn ihr den Hashtag benutzt, findet ihr da sehr viel verlinktes, schönes, illustriertes. Gibt es denn eigentlich größere, bekanntere Namen jetzt auch aus der deutschen Szene, außer jetzt der Kollege aus München, die da irgendwie aufgefallen sind durch antisemitische oder generell durch rassistische Comics in irgendeiner Art und Weise, die vielleicht auch bei einem größeren Verlag untergekommen sind oder sind die Verlage da eigentlich alle sensibilisiert und hauen sowas gar nicht erst raus? Ich halte die Comicszene, wenn dann eher für politisch eher ein bisschen links oder neutral. Es gibt einen Verlag, der ist jetzt in Bonn, der war vorher in Radhoff Zell am Bodensee, die mit einer anderen Verlagssparte dann auch, die sind auch bei Müder Verlag besprochen, Vagiland heißt glaube ich das Comic von denen und der Verleger, der Verleger selber hat auch irgendwelche Wehrmachts- und SS-Dinger, der wollte ein Buch über den De Wilders, irgendwie eine Biografie von dem De Wilders in Deutschland rausbringen, eine definitive Verbindung zu Alice Weidel von der AfD, ein ganz ekliger Sack, ich kenne den selber, ich habe den auf Comic Festivals auch mal gesprochen früher, dann gibt es noch die eine Comic Galerie in Berlin, der Sammler auch und Galerist, der ist jetzt auch auf die Querdenker Schwurbelschiene abgerutscht und es gibt einige, aber ich sage mal die großen Namen eigentlich nicht, das ist so eher was von der Laderampe da irgendwie runterfällt. Alles klar, danke für die Einordnung Nils. Dann denke ich, haben wir jetzt hier einen sehr, sehr, sehr guten Rundumschlag gehabt, sowohl was es an Comicwerken zu bestaunen, zu kaufen und zu lesen gibt, als auch eine grobe Einordnung aktueller Geschehnisse in der Comicszene und vielleicht noch die Frage, gibt es noch Punkte, die wir ansprechen müssen oder haben wir das Thema jetzt hier für das Erste mit knapp anderthalb Stunden vollumfänglich besprochen? Ja, also ab und zu gibt es Comicveröffentlichungen, die bei der Bundeszentrale für politische Bildung dann erscheinen, dort ist halt die Zielsetzung, die kaufen die Lizenz ein und dann werden die nachher unter 10 Euro veröffentlicht, da kann man auch mal gucken, was es da so gibt, es gibt ja sehr interessante Graphic-Novells manchmal dort, meine Graphic-Novell Drei Steine für Zuhörer, die in Nordrhein-Westfalen wohnen, kann man bei der Landeszentrale für politische Bildung in Nordrhein-Westfalen unter dem Ladenpreis kriegen. Habe ich auch schon zugeschlagen, wirklich eine sehr gute Empfehlung, ist einfach eine andere Aufmachung, eine andere Auflage, im Regelfall mit so einem Softcover-Einwand und so, aber ey, das ist derselbe Inhalt. Nein, 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 das Softcover war bei der Amadeo-Antonio-Stiftung erschienen und das ist schon seit Dezember 2016 out of print. Nee, 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 ich rede generell von den Comics, die die Bundeszentrale für politische Bildung anbieten. Genau, genau, das sind diverse Dinge. Genau, das ist Birgit Weyed zum Beispiel ist dort erschienen oder auch Ich will nur sagen, viele tolle Sachen zu einem guten Preis, die dann vermutlich auch einfach irgendwie unterstützt werden als finanziell, das ist ja politische Arbeit auch von denen, da fließt ja Geld mit in den Druck rein und so und ich weiß nicht, ob die KünstlerInnen da großartig was bekommen, schon im Erstellungsprozess oder erst beim Verkauf deine eigenen Dinge, keine Ahnung, aber ich habe da auch schon zugeschlagen, da gibt es schöne Graphic Novels und Comics. Ja, ja und das sind ja immer, es gibt die Landeszentralen politische Bildung von den Bundesländern, die haben mit der Bundeszentrale nicht so viel zu tun, die kennen sich natürlich untereinander. Also ich bin jetzt bei der Landeszentrale Nordrhein-Westfalen, jetzt habe ich noch eine Lesung, die gefördert wurde von der Landeszentrale politische Bildung in Hessen, finde ich sehr wichtig, jede Landeszentrale hat ein eigenes Buchprogramm, einfach immer drauf gucken auf die Webseiten, dort gibt es auch Comics und informiert euch. Informiert euch, vielen Dank. Nils, ich danke dir vielmals dafür, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit uns über Comics gegen Rechts zu sprechen und für euch draußen noch die Information, dass wenn ihr was von Nils lesen wollt, ich werde alle relevanten Links, die es zu ihm gibt, also die Website und natürlich die Social Media Auftritte verlinken, so könnt ihr auf jeden Fall auch mal Kontakt zu ihm aufnehmen. Wenn ihr Lehrerin oder Lehrer seid oder bei einem Schulamt arbeitet und denkt, oh, da könnten wir aber auf jeden Fall mal jemanden gebrauchen, der hier vielleicht mal jetzt aktuell einen Vortrag auch über Videocalls zum Beispiel hält, ist Nils, glaube ich, auch ein sehr guter Ansprechpartner, ihr habt schon gehört, er ist da sehr gut vernetzt, hat sehr viel Ahnung und kann natürlich zu vielen Themen Rede und Antwort stehen. Nils, vielen Dank. Sehr gerne, vielen Dank. Und nicht vergessen, Comics sind bunt, nicht braun, bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden von denen Sie glauben, unser Podcast gehört genau um deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne lassen können auf den Social Media Plattformen wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram, oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die Bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie noch die Gelegenheit, uns via Paypal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate-Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.